So, jetzt passt mal auf, ich lasse gleich los. Keine Angst vor großen Tieren. Volker Kauder und Gitter Connemann auf der Internationalen Grünen Woche. Der Unionsfraktionsvorsitzende und seine für Ernährung und Landwirtschaft zuständige Stellvertreterin wollen sich informieren über die neuesten Trends aus Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft. Hallo, grüß Sie, sehr präsentiert. Vom vollautomatischen Melkstand, über Stallroboter, bis hin zum satellitengestützten Mähdrescher. Auch in der Landwirtschaft ist die Digitalisierung ein wesentlicher Faktor geworden. Also die Digitalisierung ist in der Landwirtschaft schon weit verbreitet und ist ja auch richtig, weil wir tun uns in der Landwirtschaft noch schwerer als in anderen Bereichen, qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Und deswegen muss die Technik dort weiter eingesetzt werden. Aber wir sind noch nicht so weit, dass der Computer das Schwein streichelt. Das machen auch immer die Menschen. Der ländliche Raum, immerhin 90 Prozent des Bundesgebietes, liegt der Unionsfraktion am Herzen. Um auch hier den Ausbau der digitalen Infrastruktur voranzubringen, werden vier Milliarden Euro investiert. Darüber hinaus hat Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt 55 Millionen für die Bundesinitiative Ländliche Entwicklung bereitgestellt. Ziel ist es, Projekte zu fördern, die unsere ländlichen Regionen für die Menschen attraktiver machen. Wir müssen einfach den ländlichen Raum mehr in den Vordergrund stellen, sonst wird der ländliche Raum als ökologische Ausgleichsfläche für das Ballungsgebiet bestellt. Und das können wir nicht zulassen. Also ich finde mich richtig, alles Gute. Zum Bild gehört aber auch, dass viele Landwirte um ihre Existenz fürchten. Seit Anfang der 90er Jahre hat sich ihre Anzahl halbiert. Besonders die deutschen Milchbauern leiden unter Überproduktion und Preisverfahren. Damit auch künftig Milch aus Deutschland auf dem Tisch steht, haben EU und Bundesregierung 581 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Was die Bauern brauchen, sind Rahmenbedingungen, auf die sie sich verlassen können. Planungssicherheit, Rechtssicherheit und das Wissen, dass Politik zu ihnen steht, zu ihren Familien, zu dem, was sie für das Land machen. Als Dank für die freundlichen Worte gibt es noch ein Zicklein auf den Armen. Schöner kann der Besuch auf der grünen Woche wohl nicht enden.